So, hi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Sonic Riders Zero Gravity. Der zweite Versuch für diesen Teil der Aufnahme. Ja, ähm... Ihr wisst ja, dass ich gefällt habe. Ich guck mal, ob ich auf diesem Spielstand hier... ...die Mission, die ich gemacht habe, noch nicht gemacht habe, weil... ...dann ist das auch praktisch 1 zu 1. Und so, ne? Also, Helen's Story, na, na, na... Okay, hier sind die Missionen noch nicht gemacht, das ist wunderbar. Das heißt, wir können auch gleich anfangen. Finde die schnellste Strecke, um das Ziel in 1 Minute und 8 Sekunden zu erreichen. Schaffen wir es unter einer Minute, haben wir das Extrem. Finde die schnellste Strecke, dann wollen wir mal sehen, ob Sonic auf der Wasseroberfläche genauso schnell ist. 3, 2, 1, 2... ...Dingo! Und hoch. Mit guten Sprüngen ist es immer einfacher, hier oben hinzukommen. Weil dann verbraucht man weniger Garabelpunkte und auch weniger Zeit. Und dann gehe ich immer hier rechts herum. Die Halfpipe, die ich immer perfekt schaffe, ich weiß nicht warum. Hier mal nichts machen. Ich habe aber noch Punkte, um um die Kurve zu kommen. So, und hier muss man einen ziemlich guten Trick hinbekommen, damit man die schnellere Strecke bekommt. Und ich habe das eigentlich wohl hingekriegt. Und Immersion. Die Kometenschübe verpassen einen wirklichen unglaublichen Schub. Das spart einem eine Menge Zeit. Und jetzt eine Immersion zu machen, würde viel zu viel Zeit kosten. Nicht mal Wasser bringt ihn aus der Fassung. Er ist echt der schnellste der Welt. Nein. Nicht auf dem Board. Upsonic Unleashed, Sonic Color, Sonic Generations. Ja. Definitiv. Aber so nicht. Mission 2. Erreiche das mit mindestens 75 Ringen. Bäh. Das ist doch nix. Es sind jetzt Ringe im Level. Die sind jetzt nicht so verstreut wie normalerweise. Sonst würde ich in einer Runde wohl über 160 oder 200 Ringe sammeln. Weil es gibt ja auch noch Ringpakete und so einen Scheiß. Aber egal. Wir machen das Ganze mit Tails. Und seinem nicht fliegenden Gear. Das können wir blöderweise nicht umstellen. Ja, also Ringe sammeln. Vorsichtig. Zeit dabei lassen. Ah, da habe ich zwar eine Menge sausen lassen, aber... Hauptsache wild. Ja. Mit manchen Beschleunigern wollen die aber auch, dass ich mitten in den Ringen lande. Und oben. Haben sie die Visions verteilt. Was mache ich da eigentlich? Ich bin es gewohnt, hier eine Version zu machen. Das war ein Fehler. Ein ganz blöder Fehler. Darf ich nicht. Sonst komme ich nicht an den Rest der Ringe, die ich brauche. Und es passt. Die nächste Mission ist die Trickmission. Das ist eigentlich auch schon das Schwierigste, was man hier zu tun hat. Was, er hat so viele gesammelt? Tails' Technik ist unglaublich. Wenn man mal davon abschaut, dass Eggman einen Rechner mit Daten von denen gefüttert hat und den Simulator einfach laufen lässt, ähm... Erzählte durch Ausführungen von äußerst raffinierten Tricks. 26 Punkte. Das mit der Punktzahl steigert sich hoch auf 46. Mindestens so viel müssen wir kriegen. Und wir jetzt sind weniger. Das könnte schon der längste Teil von Aquatic Capital sein... werden. Wir müssen nämlich wieder mit, äh... Knuckles fahren. Und für die Tricks kriegen wir gerade den ungelenkingsten. Aber es macht nichts. Den Trick habe ich perfekt geschafft. Und das ist doch auch schon was wert. Und diesen Halfpipe stört es mich nicht, wenn ich mal nicht perfekt mache. Hier musste ich ein bisschen früher springen, sonst wäre ich zu spät da runtergekommen. So. Hoppala, ich habe jetzt schon 34 Punkte. Das lässt sich noch ein bisschen weiter steigern. Das ist das Schöne. Nicht nur die Rampe hier, nein! Auch die Boote... Ähm, ja genau die. Machen Wellen, wenn sie fahren. Auf den Wellen kann man... Halfpipe... Halfpipe-Sprünge machen. Ich habe jetzt schon genug. Das heißt, einfach gemütlich ins Ziel tuckern. Es ist selten, dass ich das beim ersten Run schaffe, ehrlich. Ich habe bei... Der zweiten Wild habe ich eine ganze Menge weggeschnitten. Ungefähr 10 Minuten oder so, die ich gebraucht habe. Jebe Güte, was für eine Schau. Ich war töricht, weniger von Ihnen zu erwarten. Also ich für meinen Teil bin auch nicht gerade besonders stolz auf die Tricks von Knuckles. Grinde mindestens fünfmal, ehe du das Ziel erreichst. Ich liebe die Mission. Die sind immer so schön einfach. Einfach nur X drücken und dann springen. Vielleicht ein Teil, wo man nicht grinden kann, weil da keine Stangen mehr sind. Aber was soll's. Naja, mit Amy. Sie kann nix, hat eigentlich nicht viel mit der Story zu tun. Sie ist nach der zweiten Welt zufällig bei Sonics Freunden angekommen. Ja, weil sie Jet die Beute weggeschnappt hat. Der Falke hat seine Beute verloren, sauer auf seinen Igel. Äh, ja. Eigentlich hätte er anstatt Amy Sonic dafür anschnutzen sollen. Weil Kerle sind immer für ihre Freundinnen verantwortlich, so in etwa. So nach dem Motto, es war deine Bitch und du hast jetzt auch dafür zu leiden. Gut, dass die Sonic-Spiele nicht auf diesem Milieu basieren. So, von wegen, ey, Puh Gangster, ey, ich schlag dir die Fresse ein, wenn du was machst. Och, ich kann sowas nicht ab. Und, oho, sehr gut, erste Sahne. Sowas nenne ich, du schick. Eggman ist ziemlich gut, was seine Antworten betrifft. Er schafft es dauernd, seine Antworten so zu formulieren, dass sie zwar das gleiche bedeuten, aber immer anders klingen. So, mit Kometenschüben vier Punkte holen. Ich weiß nicht, ob wir so eine Mission schon mal hatten. Ich glaub aber schon. Es geht nur darum, äh, die Immersion zu überwenden und an bestimmten Boards dran zu schrabben, damit man weiter vorwärts kommt. Du hältst dich für einen Kraftprotz, Knuckles, aber wie gut kannst du Kometenschübe nutzen? Hm, er hält sich nicht für einen. Er hat diesen Ruf einfach gekriegt, weil er jeden verprügelt, der ihm im Weg steht. Und Eggman soll mal die Klappe halten, der ist auch ein Power-Typ in dem Spiel. So, manche sind ein bisschen fies versteckt. Jo, ja, genau das hab ich gemeint. Fies versteckt, oder ich wollte es nämlich gerade sagen, aufpassen, wo man lang fliegt. Man kann es steuern. Auch wenn es jetzt nicht der aufregendste Teil der Immersion ist. Der aufregendste Teil ist immer noch der Kometenschübe selbst. So, hier ist es wichtig, die Kugeln zu erwischen. Wenn man weiter erwischt, kriegt man alle Punkte. Was? Hast du es geschafft? Steckt also mehr als nur schiere Power in dir. Das sagt er, obwohl er vorhin noch Tricks vor ihm vorgeführt bekommen hat. Naja, neue Mission. Mal sehen. Wir müssen mit Sonic und seiner Bande auf und schlage alle drei. Wir fahren mit Amy. Amy gegen die anderen. Jetzt kann ich aus erster Hand beobachten, was sie drauf hat. Oh, eine Blume. Irgendwie fahrt sie lang so. Ja, ich bin schnell. Sieht eine Blume. Eine Blume hält an. Pflückt die. Schnuppert. Ha. Na, das traue ich so einem Mädchen wohl zu. Nun sieht sie, wie es sonnig abhaut. Holt ihren Hammer raus. Und hinterher. Und das ging nicht so glatt. Ich hätte vielleicht ein bisschen hochziehen sollen. Okay, ich habe sie diesmal nicht perfekt bekommen. Ja, ja, oh, schade. Ich dachte, die Wassertanks treffen vielleicht sogar noch Tails. Das wäre ganz toll gewesen. Einen stampelt nach dem anderen. Ich frage mich, wann da noch mehr Frames liegen lässt. Na. Na. Mist. Ich könnte verlieren. Und ich verliere. Das war ein perfekter Start. Endlich lief das mal. So, schön hier oben haben. Das ist eine kleine Abkürzung. Die benutze ich immer. Gibt kein Wenn und Aber. Und könnt ihr noch so flehen und jodeln. Ich benutze sie hier jedes Mal. Was macht der da oben? Oh, jetzt hat er aber ein bisschen was liegen lassen. Das merke ich. Das war jetzt vorhin ein richtig heftiges Stampelt. So, gerade noch ein S-Rang. Damit hier auch hochkommen. Und... Hoffentlich kriege ich jetzt alle drei. Das war wohl nämlich das Problem. Ich habe nur zwei bekommen. Das hat dann wohl nicht gereicht. Verblüffend. Sie hat alle drei bezogen. Also mit ihr möchte ich es mir nicht verscherzen. Aber das tust du. Immer wieder. Und 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 wieder. Ich habe immer das Gefühl, ich stelle mich wie ein Depp an. Oder klinge wie ein Depp, wenn ich rumschreie und rumbrulle. Weil ich total scheiße sauer bin. Dann kriege ich auch keine Wörter auf der Reihe und stottere. Und das würde ich in meinen Videos tun, die ich zu vermeiden. Meine und ich klingen nun mal ein bisschen totgeklatscht, wenn ich ein bisschen tonlos rede. Das ist allerdings meine Stimme und daran kann sich auch nicht viel ändern. Nein, 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 nein. Das starte ich mal. So, das ist das hier. Ist ja in Zeit zu rennen. So, hat es gepasst. In der Mitte bleiben. Tales. Wenn wir ganz, ganz viele Z-Objekte einsammeln, kriegen wir das extrem auch hin. Das Problem ist nur, wir müssen obendrein auch schnell durch die Strecke kommen. Da kann man sich es natürlich nicht leisten, irgendwo anzwecken oder so. Es sei denn, es geht relativ schnell wieder weg. So wie gerade. Ich rechne damit das irgendwie... Ja, außen. Und in der Mitte. Jetzt brauchen wir wieder drei Kometenschübe. Und so kommen wir hier hin und alles. Okay, ein kleiner Soundleck, aber was macht das schon? Er hat nicht nur einen Haufen Objekt gesammelt, sondern Kante. Ich strecke auch auswendig. Ja, wir konnten natürlich nicht wirklich alle einsammeln. Aber auf unserem Weg haben wir alles eingesackt, was wir einsacken konnten. Und so hat es funktioniert. Okay, da wären wir fertig. Gegen Rocks. Ich stehe jetzt mal in Zeit ran. Eine Minute und zwölf Sekunden. Bah, das toppe ich doch locker. Hoch und runter, auf und ab. Ob Sonic mit meiner verwirrenden neuen Strecke fertig werden kann. Bin ich ja mal gespannt. Das hier ist eine der Strecken, wo man definitiv wirklich viel, viel schneller wird als bei anderen Strecken. Man sieht, ich muss rechts ab.